Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von meinem Kanal. Heute habe ich ein paar Webseiten für dich am Start, unter anderem eine Plattform, mit der du alle 20 Minuten 10 Euro mitverdienen kannst. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich würde mich extrem freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das Ganze ist kostenlos und das schützt mich. Ist innerhalb von zwei Sekunden erledigt und motiviert mich extrem. Vielen Dank, geht raus. Wir haben die 350 Abonnenten erreicht. Fettes Dankeschön. Es ist jetzt die letzten Tage etwas ruhiger geworden, also mit den Abonnenten. Aber absolut nicht schlimm. Vielen Dank. Wir haben die 350 schon erreicht. Es ist wirklich krass. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Dankeschön, geht raus an jeden Einzelnen. Wie gesagt, lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Like da. Wenn du Videos suchst, um das Thema Online-Geld verdienen, dann schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da findest du bestimmt gegen ein Video, was auch dich interessiert. Übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben jetzt einen neuen Banner. Oder ich habe einen neuen Banner. Ich finde den ziemlich cool. Ich habe den vor ein paar Tagen erstellt. Ich finde den ziemlich nice. Und ja, ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Seite. Die erste Plattform, die ich euch heute vorstelle, ist die Plattform TryMyUI. Das Ganze ist eine Plattform, wo ihr Webseiten und Apps testen könnt und dafür bezahlt werden werdet. Ihr könnt hier oben auf Get Paid to Test drücken. Da steht dann das Ganze ein bisschen genauer und schöner. Hier steht dann nochmal Get Paid to Use Websites and Apps and Give Us Unharnessed Feedback. Das heißt, ihr müsst Feedback geben, also zu Webseiten und Apps und ihr bekommt dafür Geld. Für diese Tests bekommt ihr 10 Dollar und so ein Test dauert durchschnittlich ca. 20 Minuten. Das heißt, ihr bekommt für so einen 20 Minuten Test ca. 10 Dollar oder was heißt, ca. genau 10 Dollar und könnt ihr euch einfach hier ganz gechillt registrieren. Mega easy. Die Auszahlung erfolgt auf der Plattform über Paypal. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, euer Paypal E-Mail Adresse sollte eure E-Mail Adresse, die ihr hier eingibt, auch gespeichert haben. Das heißt, das steht eh hier in diesem roten Text. Das sollte die gleiche sein, bzw. bei Paypal kann man ja auch mehrere E-Mails einstellen. Hier steht dann auch nochmal in dem Absatz quasi, was ihr machen müsst während dem Test, also oder was ihr als Tester machen müsst. Ihr müsst eben die Webseite genauso nutzen, wie ihr es in einer echten Situation machen würdet und sprachlich eure Gedanken und was euch frustriert, was euch stört, laut aussprechen, dass quasi die Entwickler von der App oder von der Webseite eben das verstehen und die Erfahrungen und euer Feedback annehmen können. Das ist quasi das, was ihr machen müsst. Das Ganze ist nicht live, sondern ihr habt quasi so ein Aufnahmeprogramm. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt kein Limit on Number of Tests, was du machen kannst. Also du kannst so viele Tests machen, wie du möchtest, aber du solltest davon ausgehen, dass es nur ein paar pro Woche sind. Also du wirst jetzt keine 10, 20 Tests pro Woche bekommen, sondern eher so vielleicht 1, 2, 3 Tests pro Woche. Und die Plattform sagt es auch selber, das ist keine Volltime-Job, also keine Volltime-Arbeit, kein Volltime-Job, sondern eben ein bisschen nebenbei, ein bisschen Geld verdienen. Und wie gesagt, die Plattform zahlt dir jeden Freitag, also jede Woche eben das Geld über Paypal aus. Und so sieht das Ganze mit der Plattform. Try My UI aus. Ich finde es eine sehr coole Plattform, eben mit Webseiten und Apps, das ist ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Wie gesagt, du wirst keine 1.000 Euro im Monat verdienen, ist kein Volltime-Job. Aber ja, wenn wir als Beispiel nehmen, du schaffst zwei Tests pro Woche, sind das 20 Euro pro Woche, mal vier Wochen hat ein Monat, sind es 80 Euro im Monat. Ja, ist okay, kann man machen, du wirst aber damit eben nicht reich werden oder keine eben 1.000 Euro verdienen. Gehen wir weiter zu Plattform Nummer 2. Bei Plattform Nummer 2 handelt es sich um die Plattform InkyDeals. Das Ganze ist eine Plattform, mit der du Geld verdienen kannst als Designer. Du kannst dir verschiedene Sachen veröffentlichen, also von Graphics, da siehst du so Unterkategorien, von Icons zu Textures zu Objects, T-Shirt-Designs und so weiter. Du kannst Templates erstellen und hier veröffentlichen, du kannst Fonds erstellen und veröffentlichen und eben über Designs oder mit Designs Geld verdienen. Dazu gehst du einfach hier ganz nach unten auf Submit a Deal und dann kannst du hier dann deinen Namen, E-Mail und so weiter angeben und das Produkt submitten und kannst dann darüber Geld verdienen. Die Auszahlung auf dieser Plattform ist übrigens monatlich, das heißt, ihr bekommt jeden Monat das Geld und ihr könnt hier auszahlen über Paypal oder Payoneer. Steht auch hier nochmal im Text. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Plattform. Ich weiß nicht, jeder von euch ist Designer oder kann Designs erstellen. Wie gesagt, auch da gibt es ja Alternativen. Ihr könnt über irgendwelche Freelancer-Plattformen wie Fiverr, Upwork und so weiter, WorkGenius, das Tausende-Plattform. Könnt ihr euch vielleicht einen Freelancer suchen, der euch Designs erstellt, günstig und dann die hier auf der Plattform teurer verkaufen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nutzen könnte, falls man jetzt selber keine Designs erstellen kann. Oder natürlich, wir leben ja im Jahr 2022. Ihr könnt Online-Kurse kaufen oder YouTube-Tutorials schauen, wie man Designs erstellt. Das geht natürlich auch, sich weiterbilden selber, wenn man etwas nicht kann. Das würde theoretisch natürlich auch funktionieren. Oder ihr könnt es eben schon und dann könnt ihr hier über der Plattform eben mit Designs Geld verdienen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu Nummer 3 im heutigen Video und das ist die Plattform MoviePanel. Das ist eine Plattform, mit der, glaube ich, jeder mit Geld verdienen kann, der Bock zu hat. Ich sage jetzt mal, obwohl die erste Plattform, da braucht man vielleicht ein Mikrofon oder so, aber TryMyUI könnte eigentlich auch jeder machen. Da brauchst du keine irgendwelchen krassen Erfahrungen oder so. Du brauchst eigentlich nur quasi Mikrofon, Internet und so weiter. Aber das kann eigentlich jeder, sage ich jetzt mal. Designs erstellen kann jetzt nicht unbedingt jeder. Da muss man sich informieren, vielleicht ein paar Tutorials oder so ansehen und so weiter. Das heißt, das kann jetzt vielleicht nicht jeder. MoviePanel, das ist eine Plattform, da kann wirklich wieder jeder mit Geld verdienen. Aber auch hier, du wirst mit dieser Plattform keine tausende Euro im Monat verdienen, definitiv nicht. Was ist das für eine Plattform? Das Ganze ist eine Plattform, wo du deine Meinung abgeben kannst, rund um das Thema Kino und Film. Sprich, wie läuft das Ganze ab? Schritt Nummer 1. Jede Woche gibt es auf der Plattform einen Zufallsgenerator von den ganzen Leuten, die sich registriert haben. Und wenn du quasi von diesem Zufallsgenerator ausgewählt wirst, dann bekommst du eben eine E-Mail oder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht. Je nachdem, was du eben haben möchtest. In der Nachricht ist ein Link, wenn du dann auf den Link gehst, dann geht das Ganze los. Dann bekommst du zum Beispiel einen Trailer und wählst das Link, äh, das Lieblingspost aus und sagst es quasi der Plattform, welche Filme du gerne im Kino sehen wollen würdest oder hilfst bei der kreativen Titelfindung und so weiter. Also du hast quasi was, was du dir ansehen musst oder so und musst irgendwas dazu sagen. Quasi du musst so eine Art Fragebogen ausfüllen. Schritt E, jetzt hier in Schritt 3 für jeden vollständig ausgefüllten Fragebogen bekommst du dann diese Bonuspunkte. Nummer 4 wäre dann, diese Bonuspunkte in einem Partner einzulösen. Zum Beispiel, Gucci am Amazon oder Close-Up oder Einladung ins Kino. Du kannst das Geld aber auch theoretisch spenden, wenn du das möchtest. Auch das geht. Und ja, diese Prämien, wie gesagt, gibt es eben für das Ausfüllen dieser Fragebögen, die du dann bekommst, wenn du von dem Zufallsgenerator ausgelöst oder ausgewählt wirst und für 250 Bonuspunkte bekommst du einen 5 Euro Gutschein und für 350 Bonuspunkte kommst du ins Kino. Ja, oder da kannst du ins Kino gehen. Ansonsten kannst du hier aber wie gesagt auch was spenden. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das, warum du mir auf dieses Video geklickt habt, sondern ihr wollt wahrscheinlich selber ein paar Euro verdienen. Wenn ihr hier mitmachen wollt, könnt ihr hier auf jetzt mitmachen drücken, könnt dann hier auf jetzt mitmachen drücken und euch dann hier registrieren. Und wie gesagt, über den Zufallsgenerator werdet ihr ausgewählt und könnt dann eben hier diese Bonuspunkte bekommen und ein paar Fragen beantworten und eben, ja, die Bonuspunkte dann auszahlen in Cash oder eben in Amazon Gutschein und so weiter. Ansonsten gibt es hier auf der Plattform auch noch Thema Teilnahmeregeln, ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, ihr müsst das 16. Lebensjahr vollendet haben, ihr müsst den Mondsitz in Deutschland haben und so weiter. Deswegen, ich selber habe die Plattform nie selber getestet. Ich komme aus Österreich, ich habe keinen Mondsitz in Deutschland, ich kann auf der Plattform selber nicht teilnehmen, aber ich finde es eine sehr, sehr coole Plattform und es gibt auch noch ein FAQ, wo man sich ein paar Fragen mit, ja, durchlesen kann und dementsprechend, falls da irgendeine Frage ist, die euch gerade interessiert, könnt ihr ja kurz das Video stoppen. Ich finde es, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Plattform, aber ganz, ganz wichtig eben, du wirst damit keine Tausende, also damit wirst du auch keine hunderte Euro im Monat verdienen. Das ist wirklich einfach so Just-Verfahren, so ein bisschen, ein paar Euro, wenn du gerade so Zeit hast und siehst, du wurdest ausgewählt für eine Umfrage und du hast gerade Zeit, dann kannst du die machen. Also, wie gesagt, das ist jetzt keine Plattform, wo du hunderte Euro im Monat machst, einfach so ein kleiner Snack zwischendurch oder wenn du gerne ins Kino gehst, ja, dann vielleicht, warum nicht, hier mal teilnehmen und dann Punkte bekommen und dann das nächste Mal kostenlos ins Kino gehen. Finde ich ganz cool, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ist jetzt keine Plattform, womit du reich bist. Übrigens habe ich, weiß nicht, ob ich das bei Inki Deals gesagt habe, damit kannst du auf jeden Fall hunderte, aber auch, wenn es gut läuft, tausende Euro pro Monat machen. Das ist auf jeden Fall eine Plattform, wo das möglich wäre. Die nächste Plattform im heutigen Video ist die Plattform guru.com. Das Ganze ist eine Freelancer-Plattform, wo ihr als Freelancer Geld verdienen könnt. Dazu geht ihr oben auf zum Beispiel find jobs und dann seht ihr hier we have 1702 Freelancer-Shops online send a quote to get hired. Ihr könnt dann hier Quotes senden, euch bewerben und euch hier eben diese Jobs ein bisschen genauer ansehen. Das hier ist zum Beispiel ein Proofreader, wird hier gesucht, quasi Thema Writing und Translation. Könnt ihr dann hier eben euch das Ganze genauer durchlesen und hier euch bewerben und seht zum Beispiel, hierfür bekommt ihr einen Fixpreis. Das steht hier leider nicht. Hier zum Beispiel steht under 250 Dollar, hier auch under 250 Dollar. Also ihr seht so ein bisschen, hier bekommt ihr stündlich 20 bis 60 Dollar, hier bekommt ihr 500 bis 1000 Dollar. Das heißt, ihr seht hier auch, wie viel Geld ihr verdienen könnt und vielleicht ist hier zum Beispiel hier so ein Logo Letter Design, wenn ihr sowas machen könnt, könnt ihr euch hier bewerben und falls ihr genommen werdet, könnt ihr hier eben dieses Geld verdienen und erledigt diese Jobs und wenn die erledigt sind, geht ihr weiter zum nächsten Job. Ja, ganz, ganz easy. Und hier wurde schon über 250 Millionen Dollar an Freelancer bezahlt und es ist eine sehr, sehr coole Plattform. Ihr müsst, das muss man aber auch sagen, Englisch können, aber wenn ihr das könnt, wenn ihr Englisch könnt, dann könnt ihr hier auf der Plattform eben als Freelancer Geld verdienen und das auf jeden Fall, ja, von je nachdem, wie viel du natürlich arbeitest und dann Aufträgen erledigst, von ein paar hundert Euro pro Monat bis zu ein paar tausend Euro im Monat, wären auf jeden Fall realistisch, aber da musst du natürlich auch wirklich jeden Tag, sagen wir mal, von Montag bis Freitag oder so arbeiten, paar Stunden, klar, aber wer als Freelancer Geld verdienen möchte, was ich übrigens eine sehr, sehr gute Möglichkeit finde, wenn du über das Internet Geld verdienen möchtest als Freelancer, da gibt es wie gesagt tausende Plattformen, eine davon ist Guru und auch eine sehr, sehr gute und coole Plattform, wie gesagt, check die gerne ab und viel Spaß als Freelancer auf der Plattform Guru. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich extrem freuen über ein Abo, lass gerne ein Like da, lass gerne einen Kommentar da, wir sehen uns morgen ja schon wieder am Sonntag und ich plane eine kleine Sache für nächste Woche, könnte ganz spannend werden, deswegen lass auf jeden Fall gerne ein Abo da, wir sehen uns morgen wieder, bis dann, lass krachen, viel Spaß beim Online-Geld verdienen und tschüss.